So Leute, zeitsensitives und wichtiges Video heute, denn ich mache etwas, worum ihr mich in letzter Zeit eine ganze Menge gebeten habt, und zwar euch einmal komplett durch einen meiner Trades zu führen. Ich hatte jetzt vorher nicht wirklich eine gute Gelegenheit, bei der ich das hätte machen können, aber in diesem Fall passt das eigentlich zeitlich ganz gut. Deshalb, falls ihr das Video später schaut, könnte das vielleicht weniger für euch Sinn machen, aber falls ihr das jetzt nach der Veröffentlichung schaut, dann könnte das eine gute Hilfe für euch sein, denn ich werde euch meinen gesamten Gedankenprozess zeigen und wie ich versuche, wieder einmal rund 5.000 bis 10.000 Dollar Gewinn zu machen, genauso wie ich das vor zwei Tagen gemacht habe, wie ich es gestern gemacht habe, und vielleicht werde ich das Ganze ja auch heute auch schaffen. Außerdem werfen wir einen Blick auf den langfristigen Bitcoin-Preis, auf Ethereum, wir unterhalten uns über Cardano, die traditionellen Märkte und selbstverständlich unterhalten wir uns über meinen Trade. Ich habe das Ganze auch schon auf Twitter gepostet, deswegen lohnt es sich auch wirklich, wenn ihr mir auf Twitter folgt, damit ihr am besten von den ganzen zeitsensitiven Informationen profitieren könnt. In diesem Sinne, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Außerdem haben wir diese Woche wieder ganze 100 Dollar in USDTELA zu verlosen, wie man beim Gewinnspiel mitmachen kann. Das erfahrt ihr im Laufe des Videos, deswegen schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Ende an. Und wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, dann freue ich mich immer über einen Like, über einen Kommentar und wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns auch direkt mal mit Bitcoin starten. Und was wir jetzt erkennen können ist, dass Bitcoin wieder einmal unter die wichtige rote Linie innerhalb der orangenen Box gefallen ist. Man sieht hier, wie wir auf den 4-Stunden-Kerzen zweimal unterstützt wurden. Und dann sind wir trotzdem nach unten durchgebrochen. Also wieder einmal, genauso wie ich das auch bereits in den anderen Videos gesagt habe. Jedes Mal, wenn wir in die orangenen Box brechen, werde ich einen erneuten Trade eröffnen. Und weitere Details gibt es später im Video. Aber zunächst einmal, was wir jetzt hier erkennen können ist, dass wir Lower Highs gemacht haben. Aber wir haben auch gleichzeitig Higher Lows gebildet. Das bedeutet jetzt, dass wir hier so eine Art Dreiecksformation haben. Und hier auf dem 4-Stunden-Chart kann man auch ganz gut sehen, dass wir einen nach unten gerichteten Kanal haben. In diesem Fall haben wir jetzt sogar aus dieser langfristigen Trendlinie ein Fake-Out gesehen und sind sogar ein paar Mal auf der Linie gebounced. Aber am Ende sind wir doch wieder nach unten durchgebrochen. Manche Leute würden jetzt vielleicht auch sagen, dass man das Ganze besser so zeichnen sollte. Und ja, das kann man auch definitiv machen. Ich meine, beide Widerstandslinien sind valide. Denn man kann ganz klar sehen, wie beide auf ihre Art und Weise respektiert werden. Auf jeden Fall wollte ich euch die Trendlinie mal gezeigt haben. Aber wenn wir jetzt mal den Preis anschauen, können wir sehen. Genauso wie ich bereits gesagt habe. Wir haben einen Trend von Lower Highs, aber auch gleichzeitig Higher Lows. Was das Ganze zu einer Art Dreiecksformation macht. Ich weiß, das Ganze ist jetzt nicht unbedingt wunderhübsch, aber wir haben hier den Wig. Dann haben wir hier ein paar Wigs. Und jetzt gerade haben wir natürlich noch die Kerze, die auf der Trendlinie liegt. Aber definitiv kann man hier wenigstens ein Dreieck erkennen. Und das wiederum bedeutet, dass wir höchstwahrscheinlich in der nahen Zukunft eine richtig große Bewegung sehen werden. Ich möchte jetzt noch einmal darauf hinweisen, dass es sich hier um ein zeitsensitives Video handelt. Deshalb wollte ich das Ganze jetzt sofort einmal zeigen, bevor ich mit meinem Trade weitermache. Wir haben jetzt also diese Dreiecksformation. Das solltet ihr unbedingt im Auge behalten. Außerdem, wenn wir jetzt einmal zurück zu meinen Unterstützung- und Widerstandslinien gehen, kann man auch sehen, dass, also wenn wir mal zurück auf den Tageschart gehen, dann kann man im Grunde genommen ganz klar sehen, wie wir hier fast exakt an meiner 45.000 Dollar Widerstandslinie abgeprallt sind. Sind dann nach unten gesunken, wurden hier unterstützt und dann nach einer weiteren Ready nach oben, wurden wir beim 43.800 Dollar zurückgeworfen. Wenn wir jetzt dazu noch einmal die Moving Averages einschalten, dann können wir sehen, dass wir hier den super wichtigen 200er Tagesdurchschnitt haben, der sich langsam aber sicher zum 45.000 Dollar Level bewegt. Was wiederum dazu führt, dass wir hier eine extra verstärkte Widerstandszone haben. Und aus diesem Grund ist das auch etwas, was wir unbedingt im Auge behalten müssen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal meinen Ethereum-Trade an. Die Frage, die sich jetzt viele stellen, ist, warum trade ich Ethereum und nicht Bitcoin? Naja, Ethereum, genauso wie ich auch in meinen anderen Videos gesagt habe. Wenn wir Dumps sehen, dann sinkt Ethereum für gewöhnlich stärker als Bitcoin. Ich würde jetzt gerne sehen, dass Bitcoin über der roten Linie schließt, oder nicht darüber schließt, aber ich möchte sehen, dass Bitcoin über die rote Linie kommt. Denn das wiederum würde bedeuten, sollten wir es über die rote Linie schaffen, dann sieht alles anders aus, als würde auch dieses Mal wieder die Unterstützung für uns halten. Entweder auf dem 4-Stunden-Chart, auf dem Tagesschart, oder, naja, wo auch immer. Und wenn wir einmal auf den Tagesschart gehen, sieht das so aus. Wir haben jetzt diese rote Kerze hier. Und sollten wir eine Rallye nach oben sehen, dann würde das bedeuten, dass diese Kerze hinterher so aussehen würde, wie diese Kerzen. Und dann würden wir auch über der roten Linie schließen. Deshalb möchte ich sehen, dass wir eine Rallye über die rote Linie schaffen. So, dass das ganze Level als Unterstützung für uns bestätigt wird. Denn das bedeutet natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das Ganze in Zukunft halten wird. Als wenn wir eine Kerze darunter schließen würden. Das ist auch der Grund, warum dieses Video zeitsensitiv ist. Und ich habe auch auf Twitter gepostet, dass ich eine dritte Ethereum-Long aufmachen werde, sollte Bitcoin wieder über die rote Linie steigen. Mein Stop-Loss setze ich beim alten Low. Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich das alte lokale Low selbstverständlich bei dieser Kerze. Sollten wir jetzt eine Rallye nach oben sehen, werde ich in einen Trade einsteigen. Aber sollte es dann so weit kommen, dass wir umkehren und dann wieder durch die rote Linie nach unten durchsinken, dann wird mein Stop-Loss an dieser Stelle getriggert, so dass ich aus meinem Trade aussteige, damit ich keine großartigen Mengen an Geld verlieren werde. Von einem Risiko-Nutzen-Verhältnis her ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall ein richtig guter Trade. Aber keine Finanzberatung, falls ihr euer Geld verliert, dann ist das alles eure eigene Schuld. Das ist jetzt lediglich die Art und Weise, wie ich das Ganze hier machen werde. Denn ich finde, das Potenzial nach unten ist in diesem Fall einfach viel geringer als das Potenzial, das wir nach oben haben. Und ja, jetzt haben wir gerade ein Close gehabt. Wir haben jetzt also ein Close bei dieser 4-Stunden-Kerze innerhalb der orangenen Box gehabt. Aber wenn wir auf den Tageschart gehen, sieht man, dass die Kerze immer noch geöffnet ist. Deshalb können wir auch wieder nach oben steigen. Das ist jetzt überhaupt nicht das Ende der Welt, dass wir ein 4-Stunden-Close innerhalb der orangenen Box gehabt haben. An dieser Stelle haben wir auch ein Close gehabt und sind dann nach oben. Hier haben wir auch ein Close, dann nach oben. Und eventuell sehen wir jetzt auch hier ein Close und dann eine Rallye nach oben. Ich meine, an dieser Stelle hatten wir gleich hohe Lows. Und jetzt haben wir zumindest mal ein Higher-Low gebildet. Im Grunde genommen, wie ihr sehen könnt, sind das hier quasi meine Live-Gedanken, wie ich über die Trades denke. Viele Leute haben mich nämlich gefragt, wie denkt man am besten über so Trades nach? Und ich werde in der Zukunft auch versuchen, mal eine komplette Playlist darüber zu machen. Das, was ihr gerade seht, ist auf jeden Fall mal ein winziger Einblick von dem, was ich immer über die Sachen denke. Ich will jetzt auf jeden Fall eine Rallye über die rote Linie sehen auf dem Tageschart. Und sollten wir das sehen, werde ich in einen Ethereum-Trade einsteigen. Falls ihr euch fragt, wo ich dann Profite nehmen werde, dann werde ich das Ganze genau am Rand der orangenen Box machen. Genauso wie ich das auch in meinen anderen Trades vorher gemacht habe. Zwei Trades mit rund 16.000, 17.000 Dollar im Profit. Ich glaube, beim ersten waren es 7.000 und beim zweiten 8.000 Dollar. Also eher 15.000 Profit, aber hey, auch nicht schlecht. Achso, und nochmal als Randnotiz. Diesen Teil des Videos habe ich nachträglich aufgenommen. Also nachdem ich mit dem eigentlichen Video fertig gewesen bin, weil ich etwas vergessen habe. Und nebenbei, jetzt kann man hier auch schon schön eine grüne Kerze sehen. Das bedeutet, vielleicht sehen wir ja doch die Rallye über die rote Kerze, die wir brauchen. Okay, und um jetzt noch einmal darauf zurückzukommen, warum ich einen Ethereum-Trade eröffne und kein Bitcoin-Trade, obwohl wir uns ja die ganze Zeit im Video die Bitcoin-Chart angeschaut haben. Das liegt jetzt vor allem daran, dass sollten wir sehen, dass wir mit dem Bitcoin-Preis über die rote Linie kommen, dann bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass das Level halten wird. Jetzt werde ich allerdings in einen Ethereum-Trade einsteigen. Und bei welchem Level werde ich Profite nehmen? Also, wie gesagt, ich steige in einen Ethereum-Trade ein und ich weiß, dass wir hier einen großen Widerstand bei 3.000 Dollar haben. Und das habe ich vorher im Video vergessen zu sagen. Wir haben jetzt also diesen Widerstand, auf den wir aufpassen müssen. Und ich rechne damit, dass sollten wir es schaffen, mit Bitcoin über die rote Linie zu kommen, dann rechne ich persönlich damit, dass wir mit dem Ethereum-Preis es schaffen werden, über die Widerstandslinie bei 3.000 Dollar durchzubrechen. Das ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen. Und dann würde ich, sobald wir bei der orangenen Box bei 3.140 Dollar angekommen, Profite nehmen. Im Grunde genommen ist das jetzt auch so ziemlich alles, was ich über Bitcoin zu sagen habe. Ihr solltet auf jeden Fall auf das Dreieck aufpassen. Und bei Cardano haben wir immer noch große Probleme damit, über die blaue Linie bei 2.33 Dollar zu kommen. Wie gesagt, das ist eine trendumkehrende Linie, deshalb ist es auch so schwierig, da drüber zu kommen. Sollten wir es schaffen, hier durchzubrechen, wird das eine richtig gute Neuigkeit sein. Bei den traditionellen Märkten, das ist jetzt auch einer der Gründe, warum wir gerade nach unten gehen, denn nach diesen W-Pattern, was wir gehabt haben, haben wir eine ordentliche Rallye nach oben gesehen und haben es sogar geschafft, ganz einfach über die nächste Widerstandslinie bei 4.420 Dollar durchzubrechen. Aber bei der darauf folgenden Widerstandslinie haben wir es leider nicht geschafft durchzubrechen. Und zwar bei 4.476. Das Ding ist jetzt, sollten wir sehen, dass wir bei den traditionellen Märkten weiter nach unten sinken, dann wird das natürlich auch einen negativen Effekt auf den Bitcoin-Markt haben. Aber ich hoffe jetzt einfach, dass wenn die traditionellen Märkte, das hier sind jetzt die Futures-Märkte, aber wenn die echten Märkte öffnen in rund 6-7 Stunden, dann hoffe ich, dass wir so eine kleine Rallye nach oben sehen können und dass wir dann das gleiche auch, so wie meistens bei Bitcoin auch sehen werden. Und dann werde ich, wie ich bereits angekündigt habe, in einen Ethereum-Trade einsteigen, also sobald wir über die rote Linie gekommen sind. Wo werde ich jetzt in diesen Trade einsteigen? Natürlich auf Femex. Und falls ihr auch traden möchtet auf Femex, dann könnt ihr bis zu 1200 Dollar gratis bekommen, je nachdem, wie hoch eure erste Einzahlung ist. Aber seid auf jeden Fall vorsichtig und benutzt ein gutes Risk-Management, denn jeder Trader hat andere Umstände. Und das ist jetzt auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich das mache, nach meinem eigenen Risk-Management. Denn das Ding an der Sache ist, ich habe mein HODL-Portfolio und mein Trading-Portfolio strikt voneinander getrennt. Und mein Trading-Portfolio ist natürlich viel, viel kleiner als mein HODL-Portfolio. Okay, und damit sind wir dann auch schon am Ende angelangt. Wie immer freue ich mich tierisch über Feedback in der Kommentarsektion. Und wenn ihr den Kommentar dann auch noch eure Binance Smart Chain Adresse hinzufügt, dann nehmt ihr auch automatisch an unserem Gewinnspiel teil. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, das Video mit euren Freunden teilen und wir sehen uns dann im nächsten Video.